Musik Musik Ja, die Stadt Frieseute bedankt sich ganz herzlich für die Nominierung bei der Futura Werbeagentur aus Oldenburg und wir haben natürlich auch einige, die wir nominieren wollen. Zum einen die Gemeinde Basel, unsere Nachbargemeinde, zusammen mit dem Fremden Verkehrsverein und die Nachbargemeinde Saaterland natürlich, nicht zu vergessen die Gemeinde Mollbergen, alle zusammen mit feuchtfülligen Grüßen hier und heute aus der Eisenstadt Frieseute.